Ähm... Die sind mir sehr übel. Nee, unser Boot steht noch. Diese Arschbehaarung. Okay, ich würd sagen, wir können. Aber damit haben wir das hier geschafft, ne? Wir sind... Ähm... ...etwas verhindert. Entschuldigung. Bauen wir gleich wieder auf. Ich muss nur mal eben ganz kurz Zeug wegbringen. Äh... Notfalls, ich sing euch noch ein Liedchen, wenn wir jetzt gleich über den Rand fahren. Weil das ist jetzt... ...wirklich das Letzte, was noch übrig bleibt. Holy shit. Warte platzieren. Hat das überhaupt was gebracht? Ich will euch nicht machen. So... Das blöd ist gerade wirklich... Ich hab voll den Songtext vergessen. Ich kann das nicht eigentlich auswendig, aber... ...Gedächtnis und so. Ach ja, da war ja noch was. Ach ja, da war ja noch was. Wir wollten ja vorher noch zu Hildie und alles... äh... und ihren Laden leer kaufen vorher. Wir sind da schon wieder los. Ja, was brauchte man eigentlich für die Trophäen halt? Eine Barbierstelle. Ah! Uh! Müssen wir auch noch gucken, wo wir die hinpacken. Und dafür brauchen wir Bronzenägel und Edelholz. Okay. Was sollten wir hinkriegen, hoffe ich? Wir hatten ja ein bisschen mehr gesammelt, als eigentlich nötig. Dann machen wir das gleich. Bevor wir zu Hildie aufbrechen. Das ist nämlich nur mit Edelholz. Da haben wir was. Und überall gehen die Lichter aus. Irgendwie passend. Irgendwie sehr, sehr passend. Komm zum Nägel. Ein Stück. Ich bin echtige Stille. So. Ähm. Kommt mal her. Kommt mal her. Kommt mal her, ihr Schnuckels. Das klang nach Vorlingen. Wir sind aber nicht bei unseren Wildschweinen drin, oder? Uns gibt's jetzt gleich richtig ordentlich eins aufs Dach. Meine Güte. Was ist los hier? Schinken. Was tust du da in der Wand? Leute. Okay. Die sind nicht hier drin. Die sind draußen. Den Wildschweinen geht's gut. Ihr habt mir einen Schreck eingejagt. Macht euch ja nicht immer so ein Terz. So. So nämlich. Hier oben ist richtig. Hier oben ist richtig. Ups. Es fehlt an Holz. Um. Drei Holz brauchen wir noch. Denget. Kann ich auch nicht erwartet, dass es uns zum Ende hin an Holz mangelt. Letzte Amtshandlung wirklich in dem gesamten Spiel. Holzhaken. Naja. Nehmen wir hier diese schöne Eiche. Haben wir genug. Eichen haben wir wirklich mehr als genug mittlerweile. Finde ich gut. Ich hatte aber auch sehr viel Hilfe. Und das darf man niemals vergessen. Ich bin auch sehr dankbar. Ja. Ich habe sozusagen weiterhin besiegt. Ja okay. Die End. Also Hildiers Quest war jetzt wirklich gegen den Rest mehr oder minder schon ein halber Spaziergang. Vor allem die letzte. Den Börsen hat mir ja sowas von schnell gelegt. Holy shit. Ich habe echt mit Schlimmerem gerechnet. Und das ist eine sehr brave Eiche. Haut gleich nochmal Eicheln raus für fünf weitere Bäume. Ich habe keinen Platz mehr für Holz. Ist doch nicht wahr. Was ist denn hier so schwer gerade? Holz. Ja gut. Okay. Beziehungsweise die Truhe hat ordentlich Gewicht. Ja gut. Einmal gleich. Den schwersten Menschen auch als erstes gemacht. Ja gut. Das konnte man ja vorher nicht ahnen. Ich wusste ja nicht, wo die anderen Dungeons sind. Ich hatte ja gehofft, dass das so ist. Aber damit rechnet man halt nicht. So. Und dann machen wir hier die sechs. Da die sieben. Ich finde die gehören zusammen. Und dann haben wir hier die fünf. Und da die acht. Wie fröhlich die alle aussehen. Ist so schön. Das finde ich irgendwie cool. Der sieht aus wie Anubis. Nur in Weiß. Ey der Typ ist cool. Der Ere Hafer. Nur ist cool. Ich mag dich. Ich wusste, dass du Zill bist. Ich mag dich nicht so. Und das hier ist die perfekte Beleuchtung in dieser Ecke. Cool. Was Gesang angeht, ne. Wenn ich das Equipment hätte. Ich hab ne Gitarre zu Hause. So ist es nicht. So. Jetzt ist die Frage. Wie machen wir das jetzt? Lassen wir das. Ja ich glaube wir lassen das ja einfach. So wie es ist jetzt. Wollen wir unser Schiff noch nach Hause. Und dann soll es das gewesen sein hier. Meine Güte. Ich hätte es nicht gedacht. Und vor allen Dingen, es ist noch nicht mal 14 Uhr. Sieht schon sehr ramponiert aus. Das finde ich gut. Hier ist nichts drin. Du planst über den Rand der Welt zu fahren? Bitte nicht. Denk an die kleinen Küken und Schweinchen. Mach sie nicht zu weisen. Oh. Wie gemein. Die Muschel. Blackmailing. No. Ich trage zu viel. 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 Ich hoffe nur ich komme jetzt hier den Rügel hoch. Dass wir zumindest noch durchs Portal kommen. Ich glaube da liegt jetzt auch nichts mehr. Wir haben das Boot in seiner Komplettigkeit eingepackt. Aber über den Rand zu segeln ist das letzte Mysterium. Wir müssen. Das geht nicht anders. Meine Neugier kennt diese Grenze der Welt nicht. Also segeln wir über diese besagte Grenze hinaus. Aber nicht mit dem schönsten Schiff das wir haben. Dann nehmen wir uns ein schönes kleines Flut. Nee. So schlau sind wir dann doch. Sonst nicht schlau bin. So schlau bin ich dann doch. Warte. Aber erst bringen wir Hildie ihr Dings mit wieder nach Hause. Ihre letzte Truhe und müssen... Jeder muss einmal über den Rand. Ist so. Halt doch. Warten ist richtig hier. Wir bringen Hildie erstmal ihre Truhe. Dann haben wir nämlich 200 Kilo weniger. Auf dem Buckel. Juhu gefunden. Jetzt schau dir meine Waren an. Toll. Falls auf der Suche nach Würmern und Eiern bist du hier falsch. Weißt du früher war es hier viel friedlich. Eine Frau konnte hier hinreisen. Oder dass man hier all ihre Sachen geraubt hat. Shoot. Wir haben erstmal wieder ordentlich Platz im Winter. Nein musst du nicht. Hab ich schon hinter mir. Ist schön, dass du das schon hinter dir hast. Aber deswegen weiß ich immer noch nicht, was mich da erwartet. Und keine Spoiler. Ich war nicht. Ich denke jeder darf diese Erfahrung mal machen. Erlaubt mir bitte diese Erfahrung. Ich möchte sie machen. Ich möchte wissen, was mich da erwartet. Und wenn es das letzte ist, was wir in dieser Welt tun. Die besten Wege über den Grenzen die zufälligen. Ja, soweit ist es bei uns nie gekommen, dass wir zufällig drüber gereist sind. Und es war noch nicht mal absichtlich. Ja, ähm. Aber wie gesagt, ihr habt die Erfahrung schon gemacht. Aber das... Ich noch nicht. Und ich möchte sie gerne machen. Das ist mir ein innerstes Bedürfnis noch. Einfach noch ein paar Dinge zu tun. Einfach so, wenn man es kann. Awww. Alles hat mal ein Ende. Warte mal. Was brauchen wir eigentlich noch mal fürs, äh... fürs Floß? 6 Harz. Lederreste 20. Okay. Perfekt. Oh. Wahlheim. Wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal sein. Ganz sicher nicht. Ja. Es wird hier... Das hier ist nicht das letzte Mal, sobald der Early Access durch ist. Nee. Ja. Werden wir wahrscheinlich dann auch mal, äh, nochmal spielen. Und, äh... Genau. Und dann schauen wir mal, was uns noch alles erwartet. Aber diese Welt hat jetzt ausgedient. Es ist halt so. Und wir haben es echt weit gebracht. Ganz toll. Brauchen wir noch Essen? Ich denke nicht, oder? Vielleicht so ein letzter... Ein letztes Brot. Eins für jetzt, eins für später. Ein letztes Würstchen. Das wollen wir nicht mehr. Nicht mehr. So. Den ganzen anderen Kletterraten. Das sind auch alles hier. Wir machen uns komplett nackig. War eine lange... Na, eine Ratiofarm. Wenn wir nicht raus ist, im Krankenhaus und wir zu Hause. Oh! Willkommen zurück. Wir sind hier gerade praktisch im Endstadium. Wir sind hier fast durch. Wir haben Hildes Quests fertig. Hilder war in die Richtung. Letzter Stream. Letzter Wahl-Heimstream. Nicht allgemein der letzte Stream. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das mit den Dungeons jetzt so schnell geht. Wir haben heute alle drei gemacht, sozusagen. So. Alles verkauft? Alles verkauft. Sehr cool. Dann wird jetzt alles gekauft. Einmal kaufen. Ah ne, die hatten wir schon. Ein Feuerwerk. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche wir schon alle hatten. Ich kaufe einfach alles. Also die Kopftücher hatten wir nicht. Wir hatten alles, was irgendwie braun war, ne? Oh, das wird teuer. Und ich bin pleite. Also fast. Achso, ich kann nichts mehr kaufen, weil ich gerade... Halt. Keinen Platz mehr hatte? Nee. Nee. Kann man zwei halten? Nee. 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 Nee, warte, die hatten wir schon. Na gut. Mal halt was doppelt. Auf Wiedersehen, Blei, Blaubeere und Hallon. Gute zwei, dreiviertel Kisten. Gold. Zwei, dreiviertel Kisten. Nur bei mir liegen auf Privatwelt. Ja. Kann ich ja nicht meinen Hafen fertig bauen. Nee, leider nicht. Beziehungsweise doch. Theoretisch doch. Theoretisch kannst du das doch. Ähm, was mach ich denn hier? Oh, guck mal, wir haben noch Geld. Hahaha. Ja, die haben wir jetzt tatsächlich versehentlich zweimal gekauft. Was soll's? Das Ding auch. Wir haben hier noch Geld. Und das muss noch hin. Ups. Bisschen Geld umsonst aufgegeben. Na gut. Das kann ich mal mitnehmen. Eigentlich müsste ich hier noch aufräumen. So gar keine Lust. Nein? Ja doch, auch. Und du? Und tschüss. Weiß ich aber auch gar nicht mehr, was ich alles gekauft habe bei ihr. Ups. Naja. Ach halt so nichts. 30 Holz. 30 Holz. 30 Holz aus Gründen. Das Gold lassen wir hier. Ups. Ach so geht das auch? Cool. Wir haben hier eh zu viele Häme. Was soll's? Dann. 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 Unruhaba. Die Königin ist auch besiegt. Leider fehlt uns noch ihre Trophäe. Aber besiegt ist auf jeden Fall. Allein allerdings nicht." Hehehehe Eigentlich müsste man sie noch ein zweites Mal machen für die Trophäe, aber... Geht los, Leute. Wir gehen an den Arsch der Welt. Wir müssen da rüber. Hoffentlich greift uns jetzt hier nix an. Was wird mit dem Boot so lustig, ey? Weil ganz ehrlich, ich mag eigentlich das bloß nicht. Ich wäre gerne ein bisschen schneller unterwegs, ach, was soll's. Unser mini Flößchen. Geht gut los mit Gegenwind. Yay! Ein Fluss darüber, klar. This is the end, my love, lonely friend. The end. Oh. Ähm, Silver, ich glaube der Vorschlag kam sogar von dir, weil ein Boot ist ein bisschen zu teuer. Wo ist die Seeschlange? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht am Arsch der Welt, da wollen wir nämlich hin. Und da sieht's nach Nebellanden aus. Da hätten wir nämlich die Königin auch gefunden. Soweit ich mich entsinne. Du wirst gejagt, nicht jetzt so. Das ist doch nicht euer Ernst, Leute. Ich bin leckt. Das könnt ihr doch nicht machen. Oh, Mann. Oh, Mann. Vergiss es, hier müssen wir rudern. Oh, ey, das kann doch nicht angehen. Bestes Timing, wirklich. Kann bitte der Wind drehen? Ich hab's grad ein bisschen eilig. Ach, dahin segeln mit dem Fluss nicht von dir. Ach, egal. Wir müssen uns nur irgendwie die Wölfchen los... Ja? Kann bitte der Wind drehen? Kann bitte der Wind drehen? Bitte! Kann bitte mal der Wind drehen? Ich hab' ein paar Wölfchen am Arsch. Komm schon. Heute noch. Bitte Gas geben. Bitte Gas geben. Ein bisschen Gas geben. Ach, du meine... Wind drehen, bitte. Bitte. Bitte Gas geben. Komm von hinten. Das würde mich sehr freuen. Oder die Wölfchen. Oder die Wölfchen. Okay, die Wölfchen. Ah, Glück habt. Kann die da drüben weiterjagen. Könnte man bitte das Floß ein bisschen weniger Schaden bekommen? Das ist ja ganz toll. Oh, wo ist denn der Rand? Oh, da haben wir noch ein bisschen... Haben wir noch ein bisschen Zeit vor uns hier, ne? Haben wir noch gar nicht viel Schaden. In der Zwischenzeit schwanken wir ein wenig vor uns hin. Ja, so offen wenn bei dem Seegang. Echt? Das ist ja cool. Ja. 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 Ich habe gerade ein Tuch von mir gesucht, ich finde es nicht, ups Na gut, ein bisschen Schaden hat es zwar bekommen, aber es geht noch. Wow, ey, das schwankt, der Wind dreht glaube ich gleich wieder, mag ich nicht. Wind sei lieb, schick uns voran und nicht zurück. Und dahint ist Tor wieder. Wisst ihr, welches Lied gerade richtig gut passt? Aber ich weiß nicht, ob ich das spielen habe, ich weiß nicht, ob es die DMCA frei ist. Äh, notfalls, ich gehe mal ganz kurz. Oh, YouTube, mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Ich weiß das gerade gar nicht. Nur falls Discord, ähm, je, ähm, inwiefern Discord? Schlange? Das ist ja ganz toll. Nein, geh weg. Bitte lass mein Boot in Frieden. Genau. Du geh mal da. Du bleib mal da, ich bleib hier und, und... Ich hab keine Lust zu schwimmen, mein Freund. Das ist gerade sau ungünstig. Tor, kannst mal helfen? Schick mal einen Blitzschlag auf die Schlange, bitte. Komm schon. Mit Jormungan bist du nicht anders umgesprungen. Komm schon. Sei mal da. Wir werden da saufen. Ich wünschte, ich könnte... Kann ich eins hier drauf bauen? Nee, schwankt auch zu doll, glaube ich. Warum kann man nicht in Werkbank mit einlaufen? No. Ja gut, so viel dazu. Na komm, gib mein Hubs. Mach am. Genau, brave Schlange. Üben wir noch ein bisschen Schwimmen vorher. Cool. Schau, dass man sich an der nicht festhalten kann. Ist auch ein würdiges Ende. Da guckst du ein. Es liegt einfach daran, ich habe gerade in einem anderen Fenster geguckt. Und entsprechend... Du hast dich... Du hast dich.